Das sieht aus, dass ich schon mal der Hammer Alter, was ist denn heute? Ja Das ist cool Ich hoffe nicht, kommt das nicht her Das sieht beängstigend aus Regen Ja, das nennt man Regentim Nebel Ja, das nennt man auch Nebel Tim Lass uns losfahren Jetzt sollten wir losfahren Könnten wir sogar machen, wenn es nicht gewittern würde Ja Ich hab gar nicht mal auf dem Bild angeguckt Oh nicht Nein Gucken ob Ob wir das finden Ja, ne? Ich seh was Guck an Okay, cool Ja Also die Aussicht ist schon mal der Hammer Meine Bremse ist jetzt nicht so der Hammer Aber das ist man ja von mir gewohnt Alter, hat das Grip? Das ist ja abartig Alter, hat das Grip? Ja Das ist ja pervers Die wollten schon Ja Ich bin nicht so voll zufrieden mit dem Ding Macht da ein Ja, das ist noch schlimmer geworden Ja Jetzt macht das die ganze Zeit Geräusche Jetzt wirds ein bisschen nass So, für Schuhe und alles mögliche Ich hab keine Ahnung grad Ich glaube wir müssen doch noch ein Stück runter Erstmal kurvenlein Oh Gott her War jetzt optimistisch ohne Hinterbremse Dicke Dinge, Alter Oh ne auf Holz Nicht euer Ernst Ich muss mal den Rad rausstellen Dann wirds sauber Es regnet grad mehr als ich gedacht hab Hä? Es regnet grad mehr als ich gedacht hab Ich glaub das wird mich besser Oh Gott Haben die schon mal ein besseres Leute Okay, cool So schlimm wirds schon nicht sein So schlimm wirds schon nicht sein Ja Ja Jetzt ist er Jetzt ist er aber fresh Wind ist aber noch Ja Ich seh ganz gut eigentlich 100 Meter eigentlich 100 Meter eigentlich Das ist ein bisschen rutschiger Juhuuu Ja Geil Das ist noch da Jetzt werde ich mal einfahren hier Eigentlich war es nur da schlimm wo Gegenwind war Ja Die Schuhe sind so nah Das sieht witzig aus Fein Arschig KW-Geschichte War ich zu spät gesehen Okay Passiert ne Ja Sag ich doch Jetzt fängt an zu rutschen Ja 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 Okay Ja 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 Ich kann ja nicht verstanden was er sagt heute die kapuze mit dem helm ab dieser moment, wenn alles scheißegal ist auch ein geiles Häusler eigentlich schon, ja wenn es nicht so nass wäre ah hier ist die Strecke hier war die Kurve voll rutschig wie gedacht aber andererseits hat doch noch verdammte Krippe die Bedingungen nach zwei Abwarten war der Spaß vorbei jetzt müssen wir uns eine Unterkunft suchen zwei Abwarten haben wir jetzt gemacht aber dafür haben wir noch eine Liftkarte zurückbekommen die man irgendwann anders anlösen kann da oben ist sogar fast ein bisschen geschützt jetzt gucken wir mal ob wir noch was besseres finden da wir unser ganzes Auto vollgestopft haben äh haben wir jetzt nur noch die Möglichkeit irgendwo im Wald zu brennen weil Hotel ist nicht 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 mit unserem Budget da oben ist Tarnbob man sieht den sowieso nicht das ist Tarnbob ja doch cool man hört zwar jetzt nix mehr aber das ist doch der ideale Platz na gut dann bis heute Abend drei Sterne Hotel bis heute Abend bis heute Abend bis heute Abend bis heute Abend